Also hier ist die Stadtwette für Östringen. Und zwar, wir von Radio Regenbogen wetten, dass sie es nicht schafft, eine Kissenschlacht zu veranstalten mit mindestens 50 Bewohnern aus Östringen und 50 Bewohnern aus dem Stadtteil Odenheim, die im Schlafanzug und mit Kissen bewaffnet zur Ortschaftsverwaltung in Odenheim kommen. Dort soll ein XXL-Bett aufgebaut werden, in dem die Kissenschlacht heute Mittag stattfinden soll mit genug Platz für alle 100 Teilnehmer. Alles klar, auf geht's. Kriegen wir das noch? Ja! Odenheim, ich muss sagen, ich bin der Nabel der Wild. Bei der Stadtwette, da können alle mitarbeiten, da können alle mitmachen. Und von dem her, das sieht man, das ist richtig dankbar. Vielen Dank für diese Stadtwette. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, mit Händen drin. Herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Stadtwette. Großartig umgesetzt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Untertitelung des ZDF, 2020